Das Thema meiner Präsentation ist Haustier. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Was ist eigentlich Haustier? Das Haustier ist ein Tier, das bei uns formt. Zum Beispiel Hund, Katze und so weiter. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe seit 10 Jahren einen Hund. Er ist sehr lieb. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren. Und wir machen viel Spaß. Ich fütte meinen Hund zweimal am Tag. Wenn ich schlechte Laune habe, dann kann ich mit meinem Hund spielen. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. Bei uns in Armenien haben nur wenige Menschen die Haustier. Einige haben Katze und einige haben Hund. Aber halten von Haustier in Armenien ist nicht schwer, wie hier in Deutschland. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Es ist ein Vorteil, dass wir richtig Freunde haben. Und so fühlen wir uns nicht allein. Zum Beispiel, wenn man allein ist, dann kann man mit seinem Haustier spielen. Wenn ich Probleme habe, gehe ich mit meinem Hund spazieren und spiele ich mit ihm. Dann fühle ich mich besser. Aber was ist der Nachteil eigentlich? Eine Haustier zu halten ist teuer. Zum Beispiel, das Essen kostet viel. Man muss das Haustier zum Arzt bringen und muss mit ihm spielen. Meiner Meinung nach sind die Haustier sehr interessant und gefühlsvoll. Und wir machen mit ihm viel Spaß. Ich lebe gern mit Tieren, weil sie so lieb sind und mir Freude machen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.